Kurz erklärt, heute geht es um das Spiel Privacy 2. Dieses Partyspiel ist für 5 bis 12 Personen geeignet, ihr solltet 16 Jahre alt sein und eine Runde dauert ca. 45 Minuten. Bei dem Spiel geht es um Ja oder Nein Fragen. Diese werden durch Orangen und Schwarze Würfel, die jeder geheim in einen Sack tut, beantwortet. Der Orange steht für Ja, der Schwarze steht für Nein. Dann bestimmt man noch, wie oft an diesem Tisch mit Ja beantwortet wird, und zwar im Geheimen mit einem kleinen Rad, was man drehen kann. Und am Ende werden die Würfel nur noch ausgezählt und dann wird geschaut, wer am nächsten dran ist und er darf dann dementsprechende Punkte vorziehen auf dem Feld. Für das Spiel benötigt man relativ viel Platz, da das Spielfeld ausgebreitet werden muss und jeder einen Vorrat an orangenen und schwarzen Würfeln vor sich legen haben sollte. Das Spiel kostet um die 30 Euro und ist für einen aufgeschlossenen Partyabend sehr zu empfehlen, aber für die Familie sollte man es nicht unbedingt rausholen.